Jo! Leider verloren das Match, ne? War definitiv lustig, kann man aber halt nichts machen, ne? Wenn der Jungler so übelst fehlt, 5-11, ne? Swain war eigentlich ziemlich gut, der hat 6-0 irgendwas gehabt. Swain war nicht schlecht tatsächlich, ja. Na, der Pantheon. Was mich halt bisschen schockiert, ne? Ich hab gerade einmal 200 Gold weniger als der Typ, ne? Das zeigt schon alleine, ne? Wie toll er gespielt hat, ne? Ja, das war einfach ein Problem. Ich stimme auch ehrlich gesagt mit seinem Bild überhaupt nicht ein, ja? Der hat keinen Brutalizer gehabt, er... Kein Phage, gar nichts. Das war die Last Whisperer und der hat zuerst dann zum Schluss Health gebraucht. Ja, Last Whisperer mit Pantheon meiner Meinung nach ist sowieso crap. Das brauchst du gar nicht. Wenn, dann wäre ich an seiner Stelle ja mehr Off-Dink gegangen. Also mit Frozen Mallet, Warmox definitiv, Admox vielleicht. Ja, Admox ist super dann zum Schluss, ja. Weil wir hätten zumindest, ja... Ich mein, ja, Tanky war ich ein bisschen auch, Off-Tanky halt, ne? Dann eher Off-Tanky gegangen wäre jetzt auch gepasst, aber... Mhm. Na, kann man, kann man nicht wissen, ne? Ja, das ist halt... Das ist das Ranglisten-Match, ja. Das Phänomen Ranglisten-Match in LoL. Das hatten wir überall, das ist auch beim Draft-Pick und überall leider so. Ja, passiert kann man halt nichts machen. Jo Leute, dann bedanke ich mich für euer Zuschauen, ja? War halt leider ein Fail, das Ranglisten-Match passiert halt. Und ja, ich hoffe, man sieht sich wieder mal das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte den Daumen nach oben. Wenn ihr mehr League of Legends Videos sehen wollt, dann subscribt doch einfach. Falls euch das Video nicht gefallen hat, dann Daumen runter. Und auch ein Kommentar, weswegen. Ja, wenn ihr sonst irgendwelche Verbesserungsvorschläge etc. habt, dann bitte schreibt das einfach rein. Und ja, man sieht sich das nächste Mal. NVIDIA, Signing out.